Da ist jemand, der Sie sehen möchte. Ja, bitte. Sie können rein. Könne ich Ihnen helfen? Ein braunes und ein blaues Auge. Das ist selten. Wie meine Tochter. Du bist ein so guter Mensch. Aber das warst du schon immer. Die Welt hat dich nicht verdient. Entschuldigen Sie aber. Kennen wir uns? Ich bin hier, weil ich dir etwas sagen muss. Es tut mir leid. Was tut Ihnen leid? Alles. Du hast nichts davon verdient. Aber manchmal trifft es die Guten am härtesten. Ich verstehe nicht. Das wirst du eines Tages. Und dann will ich, dass du weißt, dass es mir leid tut, dass die Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Sie sagen mir jetzt entweder augenblicklich, worum es hier geht, oder ich bitte Sie, sofort zu gehen. Es tut mir leid, wirklich. Es tut mir leid, wirklich.